Ich lerne Deutsch. Nummer 14.862 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich brauche wirklich eine Pause. Das Muskeltraining war hart. Ich brauche wirklich eine Pause. Das Muskeltraining war hart. Autoren erstellen Lehr- und Lernmaterialien für verschiedene Zwecke. Autoren erstellen Lehr- und Lernmaterialien für verschiedene Zwecke. Autoren erstellen Lehr- und Lernmaterialien für verschiedene Zwecke. Ich schreibe meinem Freund Patrick einen Brief. Ich schreibe meinem Freund Patrick einen Brief. Ich schreibe meinem Freund Patrick einen Brief. Das junge Fotomodell liebt es, vor der Kamera zu stehen und sich in Szene zu setzen. Das junge Fotomodell liebt es, vor der Kamera zu stehen und sich in Szene zu setzen. Umsichtig setzte die Wanderin jeden Schritt, um nicht auf dem unebenen Gelände auszurutschen. Umsichtig setzte die Wanderin jeden Schritt, um nicht auf dem unebenen Gelände auszurutschen. Die Wanderin war vorsichtig und bedacht, um nicht zu stürzen. Melanie verlässt die U-Bahn-Station und geht in die Stadt einkaufen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.